Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunnergaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde PC-Typen 2. Genau. Und ja, heute wollen wir mal ein bisschen was gucken, was ich hier machen wollte. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Nebenbei esse ich natürlich wieder, wie ich sie auch sonst. Und ja. Junge. Ah, jetzt hab ich Plus gemacht. Geil. Okay. Äh. Nee. Hier. Die haben jetzt nur meine Betriebssysteme, wenn der Monder hat. Okay. Hier mein Prozessor. Meine Grafikkarte. Ja, okay. Warte mal. Das haben wir. Das haben wir. Mainboard haben wir auch. Gut. Das haben wir nicht. Aha. Also. Holen wir einmal. Auf eine Verbesserung, ja. Ram. Ram. So. Jetzt haben wir auch unseren eigenen Ram. Ram. Ich will das hier machen. Ram. Oh, das ist ja gar nicht viel. Perfekt. Dann kaufen wir hier mal einmal komplett Ram. einmal durch. Endlich. Oh, endlich. Meine Hülle. Gut, es geht einfach noch weiter. Ah, so, dann SDGN RAM, V1, so, zack. Oh, geil, eine Hintergrundbeleuchtungsanimation ist geil. Ja, doch, kommt gut. Als ob das nur so günstig ist. Manchmal hier auch 500 Dollar. So, let's go. So, ich glaube, jetzt könnten wir sogar ein Mainboard, ich nenne das mal kurz V2. Ich will mal kurz gucken, ob ich jetzt meinen eigenen RAM benutzen kann. Okay, nö, kann ich nicht. Gut. Grafik, ja gut, das gehört da nicht zu, ne? Das heißt, ich muss es wahrscheinlich dann für den PC machen. Ja, hier Verbesserung. Weil man kann hier noch ein PC machen. Den kann ich sogar jetzt freischalten, geil. Computer. Ich glaube, das ist sogar auch eine neue Funktion. Aber, ja. Gut, also wir haben jetzt RAM und dann könnte ich jetzt auch noch hier ein Netzteil machen. Ah, ich weiß warum. Wenn man, wenn man, ich habe jetzt hier praktisch meinen eigenen RAM, mein eigenes Netzteil, dann noch eine Festplatte, die mir fehlt. Ja, Betriebssystem. Und dann kann ich nämlich einen Laptop machen mit meinen ganzen eigenen Dingen. So, gut, machen wir jetzt hier auch noch ein Netzteil, weil wir haben halt noch das Geld. Was? Einer der Mainboard an einen Teil der Unternehmensmittel für Wohltätige Zwecke zu spenden. Ja, rein da. Okay, perfekt. So, gehen wir mal hier rein und gehen hier da auf. Perfekt. So. Ich drücke mal kurz alles durch. So. Perfekt. Jetzt haben wir hier nur noch die Leistung. Als ob es so viel Leistungsdinger gibt. Äh, als ob es 2000 Watt-Netzteile gibt. Okay. Hab ich jetzt noch nie so gesehen, aber könnte ja trotzdem stimmen, ne? So. So. Okay. Okay. Perfekt. Perfekt. Wir kaufen hier einfach jetzt gerade alles durch. Oh, Lenovo möchte eine Million Kopien von SDM-Grafik, vom Prozessor, von der Grafik. Geil. Ja, wir sind auch immer noch auf 1, ne? Ja. Hier sind wir auf 1. Hier sind wir auch definitiv auf 1. Ähm, Mainboard sind wir auch noch auf 1. Ich weiß nicht, wieso da irgendwie so ein Unterschied ist. Ja. Und hier, da machen wir ja jetzt gerade. 1. Ähm, RAM und Festplatte. SDM Festplatte. V1 natürlich. Ey, V1. So. Zack. Bam, bam. Bam, 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 bam. So. Fertig. So schnell ging's. Gut. 7. 20. Und verkaufen. Gut. Aber wir haben halt jetzt hier trotzdem noch irgendwie... Jetzt müssen die vom Prozessor... Sando Prozessor... Grafik, okay. Und nochmal eine Million, nochmal. Also die kaufen hier richtig eine, sag ich. So wie es ist. So, wir gucken mal kurz. Sando Prozessor... S&M Grafik. Ja, also das hier benutzen sie irgendwie nicht. RAM habe ich ja jetzt bald. Und Betriebssystem. Ja, gut. Okay. So, was machen wir jetzt noch? Wir haben jetzt Netzteile. Jetzt können wir auch noch eine Festplatte machen. Ja, Festplatte mache ich auch noch. Und im nächsten Video mache ich dann Betriebssystem. Und hier die anderen Dinge. Würde ich mal sagen. Ja, gut. Gut, dann machen wir jetzt hier noch eine Festplatte. Die sollte ich aber auch wieder hier umbenennen. Äh, umbenennen. Ich meinte hier Dingsen. Ah, die sind ja alle so kurz. Äh, so langweilig. Egal, wir drücken die hier einfach durch. So, perfekt. Maximal. Maximal haben wir... ...die aufgebraucht. Wann? Ne, wir nach oben. Nicht zur Seite, nach oben. Ich bin. Danke. So. Perfekt. Haben wir. Muss ich hier noch die Catchgröße machen, oder wie? Dann die SSD-Speicherkapazität. Die SSD-Speicherkapazität. Die ist bei 40 GB. Oh, alles klar. Auch recht viel. So. Ach nee, das ist ja GB. Ich hab gedacht, Terabyte. Das ist natürlich dann ganz wenig gewesen. So, jetzt ist es über 1 TB. Jetzt bei 2. Für 2, 3. Bei 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 TB jetzt. 13 TB hat die jetzt. So. Man, warum ist das denn immer so viel? Perfekt. Perfekt. Ja, wir sind immer noch dabei, das zu kaufen. Ah, perfekt jetzt. So. Festplatte haben wir damit auch. Wir können für uns auch mit dabei eine gemeinsame Schulungsorganisation. Ja, machen wir. Was ich jetzt aber eigentlich machen wollte, ist... Ach ja, genau. Eine SDGM. Was war das nochmal? Oh, wir haben hier wieder reichlich Kohle gekriegt. Ach, das andere war ein Netzteil. Ich hätte es SDGM-Netzteil nennen müssen. Das hier war ein Netzteil, ne? Ja. Und das ist ein Netzteil. Gut, dann mach ich den einfach mal kurz weg. So. Mach jetzt hier nochmal einen neuen SDGM. SDGM. Ach so, äh. Ne, nicht SDGM-Festplatte. SDGM-Netzteil-Bau1. Ah, hier. SDGM-Netzteil-Bau1. So. Äh. Bau1. So. Gut, machen wir einmal nochmal kurz neu. Okay. So. Gut, dass er das hier schon gespeichert hat. So, und jetzt erstellen. Gut. So, und jetzt machen wir direkt hier eine SDGM-Festplatte. SDGM-Festplatte-Bau1. Zack. 13 Terabyte, ey. Ja, natürlich auch jeder. So, 27. 20. Und erstellen. So. Gut. Dann haben wir jetzt alles einmal. Das ist doch top. Ah, hier. SDGM-Grafik ist bald ausverkauft. Und Prozessor ist auch bald ausverkauft. So. Wir können mal gucken, ob wir in die Fabrik hier... Ach so, die haben wir schon auf maximal. Aha. Aber das haben wir auch schon auf maximal. Ach, schade. Warum haben wir denn hier schon alles auf maximal? Ja. So, hier müssen wir aber wenigstens nochmal auf 100 gehen. So. Perfekt. Na, hier habe ich auch alles direkt gekauft. Okay. Perfekt. Leute, wir schauen in dem nächsten Video hier, wie die ganzen Dinger fertig werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert, glaube ich, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen kommenden Tag. Haut rein, da soll ich alles haben. Ciao.